Der kleine Brüllbär geht zum Schüle. Gehen morgen, wie Wind und Wetter, geht der kleine Brüllbär. Hallo, kleine Brüllbär, sagten die Leute, wenn sie ihn trafen. Kannst du schon schreiben? Kannst du schon lesen? Schon ganz gut, antwortet der reine Brüllbär. Berichte lehren ich übrigens auch. Macht es dir Spaß? Fragen die Leute. Was geht vielleicht dir von allem am besten? Am besten fragt man mir die Pause, sagt der kleine Brüllbär. Da können wir essen, da können wir trinken und spielen können wir auch. Hast du einen Lehrer oder eine Lehrerin? Wollten die Leute wissen. Eine Lehrerin antwortet der kleine Brüllbär. Es ist schon ganz alt, aber sehr nett. Es schifft mehr, nur wenn es uns stört, sein Mut. Hast du schon Freunde in deiner Klasse? Wollen die Leute nach klar, sagt der kleine Brüllbär. Der kleine Brüllbär. Hi, my name is Hannah Hough, and I'm seven years old. Thank you, and have a nice show. And I'm learning a German program from Smith Academy Language School. Bye.